Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder vor euch am Start und willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Be Unique bei Leon Lovelog. Oh shit, man, wir sind wieder back. Freunde, ich hoffe bei euch da draußen ist alles gut. Ich habe mich spontan dazu entschieden, den Podcast hier wieder zu reaktivieren, weil ich einfach ein Typ bin, der sehr viele Sachen auf dem Herzen hat. Also ich habe wirklich, ich denke über viele Sachen nach, ich mache mir über viele Sachen Gedanken und ich brauche Ventile, um diese Sachen rauszulassen und ich möchte diese Sachen und diese Erkenntnisse und diese Denkweisen, die ich habe, auch gerne mit Leuten teilen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich einfach da wieder weiter starte. Ich hoffe, hier sind noch ein paar Leute aktiv hier auf dem Podcast. Ich küsse euer Herz auf jeden Fall. Danke fürs Einschalten. Ihr könnt gerne auch mal eine Story machen oder das irgendwo teilen und den Leuten sagen, Lovelog Be Unique ist wieder back, Erkenntnisse kommen wieder rein. Und könnt mir gerne auch Feedbacks schreiben auf allen anderen Social Media Kanälen, so auch Instagram, TikTok, YouTube. I don't know, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, wenn ihr irgendwelche Themen habt, wo ihr sagt, so ja, da würde ich den Bruder gerne mal drüber philosophieren hören, dann fetzt es ruhig rüber, gebt mir da Feedback. Und ich würde sagen, wir starten heute wieder mit der ersten Folge rein. Ich habe wirklich Bock, wieder zu quatschen und die Sachen, die ich auf der Seele, auf dem Herzen habe, mit euch zu teilen. Und zwar wollte ich heute generell über das Thema Feelings reden, über das Thema Gefühle, so. Weil ich muss sagen, ich habe mich in den letzten Tagen, habe ich wirklich oft darüber nachgedacht, so. Mir fällt einfach auf, dass Menschen immer mehr, also von meinem Gefühl her ist es so, dass Menschen immer mehr den Zugang zu ihren eigenen Gefühlen verlieren, so. Und das ist eine Sache, die finde ich extrem schade und traurig, weil das eigene innere Gefühl ist so wichtig, also das ist wirklich so wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass Menschen gar nicht mehr richtig versuchen, überhaupt ihr eigenes Gefühl zu finden und dann auch darauf zu hören. Es gibt so viele Sachen, mit denen man sich heutzutage ablenken kann. Also du kannst wirklich jeden Tag dich mit Leuten umgeben, du kannst jeden Tag auf Social Media abhängen, dir Serien reinziehen, Filme reinziehen. Du kannst jeden Tag dich so lange ablenken, bis du schlafen gehst und nicht einmal einen Zugang zu deinem echten Gefühl bekommen haben, so. Und das ist eine Sache, die ich nicht gut, also nicht als gut erachte, so. Ich denke, dass es brutal wichtig ist für einen Menschen zu fühlen, wirklich zu fühlen, so. Und ich habe das Gefühl, dass uns das immer mehr ausgetrieben wird, so. Wenn wir noch Kinder sind, ne, wenn wir Babys sind, so, dann sind wir reine Feelings, wir sind reine Vibes. Beobachte mal Kinder, die haben einfach nur, die sind im Moment und die haben Spaß, die geben sich ihren Gefühlen hin, die machen das, was deren Herz ihnen gerade sagt, so. Und das immer, egal, keine Rücksicht auf Verluste, so. Es wird immer das gemacht, was das Herz sagt. Und mit dem Alter ist es so, dass immer weniger Menschen noch einen Zugang haben, meiner Meinung nach, zu ihrem eigenen Gefühl. Und das ist für mich so wichtig, weil ich bin auch jemand, der das immer versucht, irgendwie aufrechtzuerhalten. Der immer versucht, einen gewissen Zugang zu sich und seinen Gefühlen zu haben und auch darauf zu hören. Weil ich einfach in meinem Leben gemerkt habe, dass dieses Gefühl, was wir in uns haben, dieses, unser Herz sagt uns, wann wir was tun sollen. Unser Herz, unsere Gefühle sagen uns, wann wir welche Entscheidungen treffen sollen. Unsere Gefühle, unser Herz sagen uns, wenn wir irgendwas verändern müssen oder nicht so. Und das ist der Weg zur Glückseligkeit. Das ist der Weg dahin, dass wir irgendwie glücklich sind am Ende des Tages. Und deswegen ist es mir auch so viel wert, das Leuten zu sagen, so fang wieder an, erstmal dein eigenes Gefühl zu finden und dann auch wieder auf dieses Gefühl zu hören. So, wir müssen alle wieder viel mehr fühlen, habe ich so das Gefühl. Weil ich bin auch ein Mensch, ich fühle halt extrem viel. Nicht nur über mich und mein eigenes Leben, sondern auch über Dinge, die um mich herum passieren. Das habt ihr auch schon mitbekommen. Ich bin ein Gefühlsmensch. Ich drücke mich aus durch meine Gefühle, durch meine Emotionen. Und ich lege voll viel Wert darauf, wie sind die Vibes irgendwo. Wenn ich irgendwie, ich spüre, ich habe einen richtig krassen Zugang zu Vibes. Und wenn ich irgendwie spüre, da ist ein negativer Vibe oder da ist irgendwas nicht gut oder da ist irgendwas nicht okay. Du musst dich da jetzt irgendwie anders entscheiden oder du musst dich aus der Situation rausziehen etc. Dann ist es so, dass ich dieses Gefühl habe und auch diesem Gefühl immer folge. Aber auch wenn ich irgendwie einfach meine Mitmenschen so sehe, weißt du, wenn ich einfach so durch die Straßen laufe und ich weiß nicht, ich sehe ein glückliches älteres Ehepaar und die lachen oder so. Dann geht das voll in mein Herz rein, wenn ich sehe, wie Menschen miteinander glücklich sind. Und selbst wenn ich mir irgendwas reinziehe, wo einer einem anderen einen Heiratsantrag macht oder irgendwas Schönes einfach passiert, jemand ein guter Freund ist, jemandem hilft, jemand aus dem Herzen was tut, dann berührt mich das so weit, dass ich sogar weinen könnte und oft auch tue. Und das liegt einfach daran, dass ich halt sehr gefühlsmäßiger Mensch bin und ich würde mir das wünschen, dass mehr Menschen einfach wieder ihr Gefühl finden und wieder mehr spüren und mehr fühlen und auch miteinander fühlen und dass wir uns auch ein bisschen so gegenseitig umeinander auch kümmern, wenn wir spüren und merken, da ist jemand, der gerade Hilfe braucht. Und dann nicht einfach das zu ignorieren und zu sagen, scheiß drauf, ist nicht mein Leben, was juckt mich das, sondern einfach so dieses dann doch zu helfen und zu sagen, ich mache das nicht nur, um diesem Menschen zu helfen, sondern weil wir auch alle irgendwo zusammen gehören und wenn ich es schaffe, das wieder so richtig zu realisieren, dann fühle ich sogar auch den Pain, den ein anderer hat und ich möchte ihm da helfen, weil es auch mein Schmerz ist. Und das ist eine Sache, die ist mir halt sehr, sehr wichtig und das ist auch ein Traum von mir. Wie wäre es denn, wenn wir draußen alle rumlaufen würden und gucken würden, Menschen wieder richtig in die Augen gucken würden, versuchen zu spüren, wie geht es diesen Menschen gerade so? Gibt er mir gute Vibes? Hat er irgendwas? Kann ich vielleicht irgendwie helfen oder so? Wenn wir uns gegenseitig umeinander kümmern würden, wie würde die Welt dann aussehen? Weißt du, das frage ich mich halt oft und ich möchte so viele Menschen wie möglich anregen, einfach wieder mehr zu fühlen so. Nicht nur für das kollektive, also für die Gesellschaft so, nicht nur für das kollektive Bewusstsein, sondern auch für dich selber und dein Leben. Dieses Bauchgefühl, was du von Gott geschenkt bekommen hast, so, das ist für mich was Übermenschliches so. Das entscheidet immer richtig, wenn du es schaffst, zu deinen Gefühlen einen Zugang zu finden und Dinge wieder richtig zu spüren, dann triffst du keine falschen Entscheidungen mehr so. Und dann sind wir auch miteinander ganz anders unterwegs, weil du hörst auf dein Gefühl, auf deinen Vibe. Du hängst nicht einfach mit irgendwelchen Menschen rum, die dir vielleicht ein schlechtes Gefühl geben oder gar kein Gefühl geben oder irgendwie so. Nee, du achtest darauf, fühlt sich das gut an? Ich gehe den Dingen und den Gefühlen nach, die sich gut anfühlen. So, und dann wird sich dein Leben um 180 Grad verändern, wenn du anfängst einfach zu lieben, wenn du anfängst einfach zu fühlen, wenn du anfängst, Dinge dir auch mal wieder richtig zu Herzen zu nehmen. Und wir sind mittlerweile in der Gesellschaft so abgestumpft, wir ziehen uns jeden Tag rein in irgendwelchen Serien und Dokus und Filmen, wie Menschen andere Menschen umbringen und ganz ekelachte Scheiße abläuft. Und für uns ist es mittlerweile normal geworden, uns so einen dreckigen Scheiß reinzuziehen. Überall auf der Welt passieren schlimme Dinge und wir kriegen nur diese schlimmen Dinge gezeigt. Wir kriegen nicht gezeigt, wie in anderen Ländern, in anderen Kontinenten Menschen herzlicher sind, auch wenn sie nichts haben, wie sie miteinander umgehen und so. Nein, wir kriegen nur gezeigt, wenn die sich gegenseitig umbringen. Oder wenn wir als Europa da reingeritten sind und da ein Chaos hinterlassen haben und dann zeigen wir dieses Chaos. Aber wir zeigen nicht die Menschlichkeit, wir zeigen nicht die guten Sachen. Und ich sage, dieses Reinziehen von diesem ganzen bösen Evil Shit, das stumpft unsere Gefühle auch ab. So, ich ziehe mir so einen Scheiß mittlerweile gar nicht mehr rein. Null, nothing. Ich will mir Sachen angucken, die mir ein gutes Gefühl geben, die mich berühren, die mir vielleicht Tränen in die Augen versetzen, die mir eine Gänsehaut verpassen. Schöne Dinge, gute Dinge so. Ich finde, wir sollten wieder mehr in dieses Gute reinkommen und nicht uns so abstumpfen lassen von dem Shit, der um uns passiert. So, weißt du, was ich meine? Und dann ist es auch so, dass wir auch mal wieder dann, keine Ahnung, eigentlich der Ursprung von diesen Gedanken, die ich gerade habe, war so, ich bin zum Kiosk gegangen und wollte mir einfach nur Kaugummis kaufen und dann stand da ein Krankenwagen und da wurde gerade eine ältere Dame in so einem Stuhl in diesen Krankenwagen reingeschoben. Und das hat extrem was mit mir gemacht, so wirklich extrem. Ich wäre am liebsten auf die Knie gefallen, hätte gebetet, weil ich einfach gespürt habe, das hat mir wehgetan. Das hat mir richtig krass wehgetan. Und ich wollte mit allem, was ich habe, zu Gott beten und meine Gefühle irgendwie so übermitteln, dass das gut wieder wird. Und dass es ihr am Ende des Tages wieder besser geht. So, egal was passiert, Gott wird es schon so machen, dass es ihr am Ende des Tages besser geht. Und ich finde und denke, dass wir mehr so denken sollten, weil alleine mit unseren Gedanken und wenn wir schöne Worte in Richtung Gott aussprechen oder sagen, helft bitte diesen Menschen, dann kann das was bewegen. Das haben wir mittlerweile auch vergessen. Daran glauben die meisten Menschen gar nicht mehr, dass wenn sie sich hinsetzen und wirklich intensiv versuchen, einem anderen Menschen über ein Gebet zum Beispiel zu helfen, dass das auch ankommen kann. Das kann auch fruchten. Das ist nicht Science Fiction oder so. Weißt du, es kann funktionieren, dass wenn du Gott darum bittest, einem anderen Menschen zu helfen, wirklich darum bittest von ganzem Herzen, dass Gott es dann für dich tut, weil er merkt, dass du das unbedingt möchtest. Und das ist eine Sache, die sollten wir wieder mehr tun. Wir sollten wieder mehr beten. Wir sollten miteinander wieder mehr Liebe verbreiten untereinander. Wir sollten wieder mehr auf unser eigenes Gefühl hören, unser Bauchgefühl, auf unser Herz. Alles das, was uns quasi versucht wird, von der Schule an auszutrichtern. Wir sollen nur noch denken. Du sollst eine Denkmaschine sein, ein Denkroboter sein, der den ganzen Tag nur denkt, wann mache ich wo, ich berechne mir jetzt, wann ich wohin muss, damit es günstiger ist, damit ich da hinkomme, damit ich schneller an mein Ziel komme. Es ist nur wichtig, dass ich nach oben komme. Es ist egal, wie es anderen Menschen gilt. Es ist wichtig, dass du dein Geld hast, dass du dein Haus hast, dass deine Familie gesund ist. Alles andere ist egal. Von diesem ganzen Denken sollten wir langsam mal wieder abkommen und wieder Richtung Familie denken. Wir sind alle irgendwie miteinander verbunden und wir sind eine Familie hier auf der Welt. Die Tiere sind auch ein Teil unserer Familie und wir müssen uns alle gegenseitig gut behandeln, wenn wir wollen, dass die Welt am Ende des Tages wieder eine bessere wird und nicht kaputt geht. An dem ganzen Leid, an dem ganzen Teufelsscheiß, an dem ganzen Bösen, was hier auf dieser Welt passiert. Da muss gegengearbeitet werden und das schaffen wir, indem wir mehr beten, indem wir mehr Liebe zeigen, indem wir mehr auf unser Gefühl hören. Das ist mir eine ganz wichtige Message, die ich hier rausgeben möchte, weil ich weiß, dass es Menschen da draußen gibt, die ähnlich denken wie ich oder das schon irgendwie in sich fühlen, aber noch nicht richtig leben und ich möchte euch sagen, lebt das. Auch wenn andere Menschen euch dann dumm angucken oder euch schlecht behandeln, weil ihr einfach gut seid, weil ihr anders seid als die anderen, dann zieht es trotzdem durch, weil ich bin für euch da, ich bin genauso wie du. Der jetzt gerade zuhört und denkt, ja der hat recht, ich will auch mehr lieben, ich will eigentlich jedem helfen, aber ich mache es nicht, weil die Leute mich dann blöd angucken. Scheiß auf diese Leute, wir müssen irgendwo anfangen. Und wenn wir anfangen, können wir andere damit anstecken und dann können die wieder andere damit anstecken und dann können wir es schaffen, dass die Welt ein bisschen ein besserer Ort wird. Und das ist für mich wichtig, weil die Welt ist so schön. Ich habe die Welt gesehen schon von ganz vielen Seiten. Ich habe ganz viele Gesichter der Welt schon gesehen und da gibt es so viel zu entdecken. Da ist so viel Schönes, da ist so viel Liebe, da ist so viel Vibe. Und das möchte ich für jeden Menschen und ich möchte, dass wir alle irgendwo am Ende des Tages glücklich sind. Auch wenn wir es nicht alle schaffen werden, wir können es schaffen. Und das ist das Wichtigste, dass ihr nicht aufhört daran zu glauben, dass wir glücklich sein können und dass wir lieben können und dass auch alles gut werden kann. Das sagt euch keiner, aber es ist so. Und das ist so das, was ich heute auf jeden Fall mal loswerden wollte. Alles so rund um das Thema Gefühle, Vibes, Miteinander, Liebe. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe, ich konnte vielleicht bei dem einen oder anderen so ein bisschen einen Funken anmachen oder irgendwas erzählen, was er schon gedacht hat. Gebt mir gerne Feedback auf die Talks, wie gesagt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge oder hören uns in der nächsten Folge. Be unique. Dabei ist alles. Weil dabei ist alles. Weil wir sind ja schon dabei. Peace.